Hallo meine Lieben, mein Landsmann Radosav hat meinen Tito-Beitrag kommentiert. Er sagt hier, er hat mehrere Fehler gefunden. Ich habe ihn hier gefragt, was die Fehler sind, er kann sie gerne aufzählen, zumindest solange es sich um überprüfbare Fakten und nicht um Deutungen handelt. Als Jugo weiß ja, wie das heute ist, da haben alle eine ganz eigene Version der Geschichte. Ja, und zwar sagt er hier, Vlade Divac ist aus Serbien, nicht aus Montenekro. Das stimmt aber nicht. Du hast hier grundsätzlich das Problem. Ich habe hier meine ganze Sippe in Montenekro sitzen. Da gibt es welche von denen? In Monteneginer, Zirnagoras. Aber es gibt welche von meiner Sippe, Blut zu Mann. Ongel zweiten Grades, der sagt, ich bin Serbe, ich bin kein Monteneginer. Ihr seid alles irgendwelche Serben. Du kennst das doch, Zirnagora. Zum Beispiel, er sagt immer, wie ist der Zirno-Sirbi? Verstehst du? Zirno-Sirbi. Diese missratenen Serben, die denken, dass sie jetzt Monteneginer sind. Das ist ja die ganze Geschichte hinweg. Petr Petrovic-Negos. Die Serben sagen, er war Serbe. Aber natürlich, er war der König und oberste Bischof von Montenekro. Verstehst du? Ist ja schön und gut, dass die Serben sagen, dass er ein Serbe war. Und Novak Djokovic ist geboren in Montenekro. Er lebt heute in Serbien. Er hat die serbische Staatsangehörigkeit. Ist er Serbe? Vielleicht ist er das. Vielleicht sagt Novak Djokovic, ich bin Serbe. Aber er ist trotzdem in Montenekro geboren. Das gleiche gilt auch für Vlade Divac. Wie gesagt, das gleiche gilt für Petr Petrovic. Das gleiche gilt für unglaublich viele Figuren der monteneginischen Geschichte, die wir in Montenekro als Teil unserer Geschichte haben. Wo der Serbe aber heute sagt, nein, nein, das sind überall Serben gewesen. Wahrscheinlich ist dir dieser Aspekt der Geschichte, ich kenne mich, Serben, die regen sich tierisch auf. Allein, wenn ich das jetzt thematisiere, dann schwillt ihnen schon irgendwie die Zornader auf der Stirn und ihnen platzt die Knude. Ja, und dass Goliortog ausschließlich für Stalin-Anhänger war, ist mir so nicht bekannt. Also ich kann dir sagen, ich kenne Leute, auch aus der Region, meine Region ist ja äußerst politisiert da oben, die waren in Goliortog. Es gibt manche, die haben es gut überstanden, manche kamen wieder und hatten irgendwie so eine merkwürdige psychische Krankheit. Und manche kamen wieder und starben kurze Zeit darauf, dass die Anhänger von Stalin waren. Es kann sein, dass das in Kroatien oder sonst wo so war, aber sagen wir mal in Montenekro, Milovan Dzilas. Das ist ja der Obermontenegriner, der wichtigste politische Autor und Vater, hat ja das Buch Zirnagora geschrieben. Stehst du, er ist so, ja wie soll ich sagen, mit Niegos und Milovan Dzilas, das sind die zwei Staats, das ist so wie Humboldt und Weiß der Geier und Bismarck in Deutschland. Er war doch auch politisch verfolgt. Und dass der für Russland oder die Sowjetunion war, wäre mir nicht bekannt, er war eigentlich für mehr Demokratie in dieser damaligen Zeit. Vielleicht bin ich da auch falsch informiert, du weißt ja, wie das ist heute. Heute strickt ja jeder seine ganz eigene Geschichte und du hast ja diese ganzen rechtsradikale Literatur aus den USA. Da hat der Chetnik so seine ganz eigene Literatur, die wurde irgendwo in den USA gedruckt und der Ostersche hat seine eigene Literatur. Und der Albaner erzählt mir irgendwelche Stories, von denen ich noch nie gehört habe. Vorher, verstehst du, ich will gar nicht sagen, dass die alle lügen oder sowas, aber das hat das Problem. Ich gebe halt das wieder, was ich weiß, im besten Wissen und Gewissen. Ich habe es halt anders gehört. Das Dumme ist ja halt auch, so wie Wikipedia heute ist, kannst du ja denen auch nicht mehr trauen. Es gibt ja diese große Umschreibe bei Wikipedia seit 2017, 2019, dass ja wieder irgendwelche Texte geändert werden. Das Dumme ist, selbst wenn du mir heute eine Literatur, also eine richtige vermeintlich wissenschaftliche Quelle zitierst, muss nicht heißen, verstehst du? In Jugoland habe ich schon die deutschsten Linger gesehen, was für Schwurbel dort verbreitet wird über die Geschichte und so weiter und Revision. Und jetzt gibt es irgendwelche, guck mal, es gibt in den Montenegro jetzt irgendwelche Typen, die schreiben Bücher über ihre eigene Familie. Stell mal vor, jetzt würde ich mich hinsetzen und würde ein Buch schreiben, boah, meine Vorfahren, da ist wohl die guten Männer und meine Oma, die war wie die heilige Jungfrau Maria und gleichzeitig wie Kali, die Göttin des Todes. Und, verstehst du, ich feiere mich und ich feiere und schwurble und schwurble und schwurble mir selbst irgendeine Geschichte dahin. Wenn ich das Buch dann in meiner Nachbarschaft verteile, lachen alle heimlich über mich und denken, was ein dummer Duli. Was sagst du hier in Montenegro in den letzten Jahren immer wieder? Die Leute totlachen, verstehst du? Wenn einer anfängt, oh, meine Vorfahren waren alles ehrlich Männer und so, alles klar. Gerade hier auf dem Balkan, ja, ja, ich verstehe. Ja, dieser Aspekt mit Slowenien und Kroatien, der ist mir bekannt. Ich weiß, dass es da diese Streitigkeiten um Istrien gab und so weiter, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so tief drin in dieser Geschichte wie du. Ob jetzt das ehemalige Jugoslawien Kroatien und Slowenien gerettet hat, ich weiß nur Folgendes. Es gab dieses Ding, das kennen wir hier in Montenegro. Also, sagen wir mal, als damals das Königreich Jugoslawien geformt werden sollte. Und da gab es irgendwelche wichtigen monteneginischen Politiker, die haben dem König von Serbien abgeraten lassen sein. Auch die Kroaten, aber die Slowenien, die werden nie zufrieden sein in diesem Staat. Die haben eine andere Religion. Die sind jahrhundertelang Teil einer anderen Kultur gewesen. Lass uns erstmal einen Bosnien, Serbien, Kroatien, Makedonien, lass uns erstmal dieser Staat sein. Und dann gucken wir mal, wie wir mit unseren Nachbarn weiterkommen. Und dann gab es ja in Kroatien diesen, ich glaube, Matija Gubic oder so hieß der. Das war so ein, der Führer der Bauernpartei. Der hat im Endeffekt dafür gestimmt, also die Kroaten sind in Anführungszeichen freiwillig diesem Staat so weit beigetreten. Witzigerweise gab es einen Monteneginer, der war Abgeordneter damals in diesem Parlament. Der hat diesen kroatischen Bauernführer erschossen mit so einem politischen Attentat. Er wollte irgendwie die Vereinigung des Königreichs, du weißt schon, Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien verhindern. Das hat nicht geklappt, das wurde trotzdem gebildet. Aber das hat diese Geschichte, das sind so Details, die mir noch gläufig sind. Ja, wie das gewesen wäre, wenn diese Staaten nicht Teil von Jugoslawien gewesen wären. Ja, das ist auch gut und schön, aber du weißt ja, wahrscheinlich kennst du diese Bilder, wie die Wehrmacht damals durch Yubiana und Zagreb gefahren ist und irgendwelche kroatischen Mädchen den deutschen Lanzern Blumen umgehängt haben. Und dann, guck dir mal die Bilder an, wo die Wehrmacht irgendwo durch Serbien gefahren ist, wie die Menschen geballter Faust in der Tasche am Straßenrand stehen und den deutschen Panzerkolonnen zugucken, wie sie in den Süden rollen. Und das ist auch die Geschichte Jugoslawiens. Ja, der Staat war rückständig, ja, das kann schon sein. Also, du musst auch immer so sehen, Jugoslawien ist ja sehr, sehr heterogen. Also, das, was ich erzähle, das haben irgendwelche Leute erzählt, wie es halt damals in Bosnien war. Ich habe diesen einen speziellen Teil der Familie, meine Oma hat damals auch dort in Bosnien gelebt. Bosnien war damals auch sehr stark geprägt. Wie soll ich sagen, es gab halt Begovina und Paschaluk, vielleicht sagt ihr das was, das ist ja auch nicht so wichtig. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ding, was das genau ist, was Begovina bedeutet, das muss man raffen, um Bosnien in dieser damaligen Zeit zu raffen. Und entlang welcher Konflikte sich dann auch irgendwelche Metzeleien und irgendwelche Massaker damals abgespielt haben, aber das ist ein komplexes Thema. Jugoslawien waren leider die Italiener nach dem Ersten Weltkrieg, von den Siegermächten betrogen worden sind. Man hat den Kroaten versprochen, wenn sie sich gegen die deutschen Bänden, seit dem Tag hat Italien Unternehmen, was gegen die USA, wenn gerichtet worden ist, finanziert, unterstützt. Na gut, das kann sein, aber verstehst du, das haben wir doch auch gemacht. Es gab doch die Udba bei uns. Ich weiß nicht, ob dir das so geläufig ist, aber ich habe auch irgendwelche Formanten, die Teil der Udba waren. Die Udba hat, wenn sie irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Exilkroaten in Deutschland, die haben sie einfach ingerichtet. Versteht ihr, das war scheißegal, das ist genau wie der Tiergartenmord. Das war wahrscheinlich der russische Geheimdienst, der diesen Tschetschenen da hat hinrichten lassen am Tiergarten. Und genau so, versteht ihr, aber es ist halt ein Kriegsverbrecher, hat irgendwelche russischen Soldaten gefoltert, er war beim Massaker von Besslan dabei, das reicht schon in Russland. Geht ihr, beim Massaker von Besslan zu sein, lies hier mal durch, was das war, und dann, das reicht schon in dieser Welt. So nach dem Motto, ja, ich war ein besorgter Bürger, ihr müsst mir jetzt meine Täterschaft nachweisen. Beim Massaker von Besslan gibt es keine besorgten Bürger. Und in Yasenovats konntest du auch nicht das besorgte Bürger gewesen sein, also, deshalb das. Ach ja, aber wie gesagt, also auch das immer der Jugosabin hat natürlich agitiert gegen seine Nachbarn und so weiter, sich gegen die deutschen Bänden, ja. Ja gut, aber guck mal, du musst ja so sehen, es gab ja halt den Teil der Kroaten, die die Partisanenbewegung damals unterstützt haben, und es gab auch logischerweise die, die sie nicht unterstützt haben, also, die gab es auch in Serbien und so weiter. Hier, also bei mir in Montenegro waren damals, sagen wir mal, schon überwiegend irgendwelche Kommunisten, aber beim Rest von Nigosabien nicht so. Ja, Muslimin-Regierung hat die kroatischen Faschisten, haben eine Makedoria engagiert, die den König in Marseille erschossen hat. Und das mit diesem Attentat in Marseille, mit dem König Alexander von Serbien. Naverlo Princip hat Franz Herdinand auf die gleiche Art und Weise in Sarajevo erschossen. Das war halt dämlich, damals nicht solche Dinge zu geben, dass der König da so rumgelaufen ist. Und dann hier, Tito hat das verstanden, ein kleiner Funfact. Und das mit Daimler und Bremen wusste ich nicht, ich weiß, dass er in der Sowjetunion war. Aber sagen wir mal, dieser Teil der seiner Geschichte, dass er auch in Deutschland war, ha, der wurde von den Kommunisten großzügig schon an den Tisch fallen lassen, von den Genossen, wir kennen doch unsere Genossen. Das ist ein guter Schütze, aber ja, aber angeblich hat er ja im Ersten Weltkrieg nur in die Luft geschossen. Doch, doch, das hat Dieter später so verbreitet, er hätte im Ersten Weltkrieg auf Serben und Russen nur in die Luft geschossen. Ja, er war ein Lebemann, aber ganz ehrlich, das waren die ja alle. Diese Generation, die waren aus einer völlig armen Welt gekommen, steht dir, mein Vater, Alter, wie oft hat er mir diese Story erzählt, wie er damals am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen ist. Er hatte ein Musterköpferchen, da waren seine Dokumente, er hatte irgendwie zwei Paar Unterhosen zum Wechseln und einen Apfelsohn. Mit einem Apfel habe ich in Deutschland angefangen. Das ist halt das und beim Vater hättest du keinen Verzicht predigen können und dieser Generation. Meine Mutter hat mir so Storys erzählt, als ich klein war, wie sie irgendwie auf irgendwelchen Marktplätzen war und dann sieht sie einfach nur eine Salami und diese Salami duftet so geil, aber sie kann es sich nicht leisten. Versteht ihr? Sie kann es sich einfach nicht leisten. Damals als Kind konnten sie es ihre Eltern nicht leisten, jemandem ein schäbiges Stück Salami zu kaufen. Natürlich waren das lebe Menschen und natürlich wollten die sich das Stichwort. So wie vielleicht irgendwelche grünen Fülis heute genug haben von Konsumgesellschaft und sich, sagen wir mal, auf Verzicht, nach Verzicht sehen, so hatte diese Generation halt genug von Verzicht und hat sich nach einem guten Leben gesehnt. Keine Ahnung, das ist auch heute noch so. Verschiedene Frauen, ist mir doch egal, dass er verschiedene Frauen hat, ich hatte auch verschiedene Frauen. Wenn du wüsstest, wie viele Frauen ich hatte. Meiner Meinung nach nicht verkehrt, er hat sein Leben genossen, sprach mehrere Sprachen, fühlte sehr gut Klavier, wusste ich nicht, dass er viele Sprachen konnte, weiß ich. Und dass er dieses übertriebene diplomatische Talent hatte, irgendwelche Verhandlungen zum Erfolg zu führen, darin war Tito der Meister. Das ist einfach so. Ich habe er in der Sendung gesagt, er war der persönliche Freund von allen bedeutenden Politikern in seiner Zeit. Die waren auch alle auf seiner Beerdigung damals. Beerdigung, genau, das mit dieser Beerdigung, dieses Ding, bietet es damaligen Jugosabiens keinen Politiker. Ich weiß ja nicht, wie du noch Einblick hast. Also ich finde, deutsche Politiker, also auch gerade diese Spitzenpolitiker, die du viel in den Nachrichten heute hast, das ist ja eine absolute Katastrophe. Sagen wir mal, bei den jugosabischen Politikern heute, in diesen Ländern, da gibt es auch welche, die sind eine Katastrophe. Aber es gibt auch noch welche, die nehme ich ernst. Es muss dir ja nicht gefallen, was die für Ziele haben. Manche sind irgendwelche Nationalisten, manche weiß der Geil, aber versteht ihr, im Rahmen ihrer selbst gewählten Rolle funktionieren sie und sind erfolgreich. Und in Deutschland habe ich immer nicht so das Gefühl, dass es so ist. Menschen mit diesem speziellen Talent, wie Tito es war, mit denen Blockfreien und dieses ganze Ding, dass er das alles so managen konnte. Okay, er ist nicht an Altersschwäche gestorben, er starb ja aufgrund einer langjährigen Erkrankung, wurde ihren Beinen amputiert noch ein paar Monate vor seinem Tode, dann war er halt im Krankenhaus, dann starb er halt 1980. So habe ich es halt gehört, aber das war diese Zeit. Und diese Zeit war in ihrem Kontext okay, ganz einfach. Und diese ganzen Dulis, die mir heute irgendeinen Scheiß erzählen, die Geschichte wird es weisen. Ihr müsst euch mal so überlegen. Die BRICS heute ist ja in gewisser Weise ein Surrogat der Blockfreien. Es sind so die führenden Staaten der Blockfreien. Wenn die BRICS morgen das 21. Jahrhundert dominieren sollte, dann garantiere ich euch, werdet ihr in Berlin auch irgendwelche Tito-Denkmäler eines Tages bauen. Das könnt ihr aber singen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, warten wir es ab. Er hat sich diesen Begriff geprägt. Ich hoffe, es war dieser Francis Fukuyama mit dem Ende der Geschichte und der letzten Menschheit. Versteht ihr die Vorstellung, dass es eine letzte Menschheit, eine letzte Kultur der Menschheit geben wird, die unangefochten ist auf der Welt. Ich weiß nicht, ob es das hier geben wird. Keine Ahnung. Aber sagen wir mal, wenn es das gibt, dann ist das letzte Wort in Sachen letzte Menschheit noch lange nicht gesprochen, meine Dulis. Ja, Simjak, ich wünsche dir alles Gute und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Landsmann von mir, der meine Videos guckt. Und bitte, wenn du irgendwas siehst, was dir nicht passt, weil wir vielleicht nicht der gleichen Meinung sind, versuche mich bitte nicht zu sehr zu haten. Danke. Mach's gut.